Ich kam im Zoo unerwartet reingeschossen. Ich habe ihm gar nicht aufgepasst und plötzlich Tarzenschlag in der Route. Hi, ich grüße euch hier zu einem neuen Video. Das Wetter ist fantastisch. Ich bin mit meinem Bellyboot hier auf einem Rhein-Altarm unterwegs und der Plan ist, aktiv auf Waller zu angeln. Ich habe hier mit unserem Fireball ein saftiges Tauburmbündel gebaut, eine leichte Route am Start und ein Ballerholz. Ich hoffe, es wird spannend. Ich hoffe, wir sehen ein bisschen was und vielleicht mit etwas Glück fangen wir sogar an den Fisch. Ab geht's! Hier seht ihr schön jetzt den Köder ins Bild kommen. Ich fange jetzt mal bei einer Wassertiefe von circa vier Metern, viereinhalb Metern an. Knapp über Grund. Mal gucken, ob da einer steigt. Hier unten ist unser Wurmbündel. Es sind zwei Linien. Die obere Linie wird der Fireball sein und darunter der hängende Drilling mit den Tauwürmern, der zweite Haken am System. Wir lassen uns jetzt einfach mal langsam hier mit dem Wind durchstreiben. Das ist ganz praktisch, dass wir jetzt ein bisschen Drift, ein bisschen Wind haben und gucken mal, ob irgendwo ein Waller da aktiv wird. Hier ist ein kleiner Fisch. Seht ihr? Angestiegen, wieder runtergegangen. Aber wirklich ein Mini. Also im Vergleich zu meinem, zu der Darstellung von meinem Klopfköder, von meinem Wurmbündel unten am Fireball, wirklich ein ganz kleiner Ansteiger. Ganz wichtig ist, wenn ihr in so stehenden, beziehungsweise ganz langsam fliegenden Gewässern unterwegs seid. Jetzt kommt gerade wieder ein Fisch hier unten. Na komm, 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 komm. Das wäre es ja jetzt fast gewesen mit einem Livebiss. Zurück zum Plan. Ganz wichtig ist es, wenn ihr in Gewässern unterwegs seid, wie ich jetzt hier in diesem Altreinarm, also in dem Altwasser, wo ihr hauptsächlich stehendes Wasser habt, beziehungsweise manchmal eine ganz, ganz langsame Strömung, dass ihr Strecke macht. Ich bleibe dann immer ein paar Minuten an dem Platz, klopfe dort zwei, dreimal an, ob was sich rührt, ob was passiert und fahre dann oder paddle dann mit meinen Flossen wieder weiter zum nächsten Spot. Wir müssen in solchen Gewässerarealen hier die Fische suchen. In einem Fluss haben wir es einfacher, da treiben wir natürlich ganz gemächlich mit der Strömung über weite Strecken und durchdriften so immer wieder neues Revier und können dabei auf aktive Fische treffen. Aber beim Klopfen oder beim Angeln jetzt hier in fast stehenden Gefilden, müssen wir uns immer wieder ein Stückchen bewegen, denn die Wälse kommen definitiv nicht zum Wallerholz. Sondern wir müssen mit dem Wallerholz zum Fisch, also den Fisch im besten Fall dann vertikal beangeln. Wir müssen eigentlich direkt drüber stehen oder in seinem Radius, wo er dann ansteigen kann, auf die Druckwellen des Wallerholzes reagieren kann. Und wenn er in der Anstiegsphase ist, dass er dann auch relativ schnell unseren Köder wahrnimmt. Denn nur so kommt es dann auch zu einer Attacke. Ich kriege jetzt hier ein bisschen Wind auf den Teich und werde mich jetzt auch mal ein bisschen mittiger setzen in die Windschneise rein, in der Hoffnung, dass mich der Wind dann hier langsam über die Wasserflächen drückt und ich so in kurzer Zeit, auch ohne dauernd den E-Motor anmachen zu müssen oder meine Flossen zu gebrauchen, mehr Gewässerstrecke abfischen kann. Das Wasser ist noch nicht allzu warm. Ich schätze, dass die Wälse irgendwo an ihrem Standort liegen und wenn wir da nicht genau, auch durch Zufall oder Glück, drüber treiben und den Waller mit dem Wallerholz animieren, wird es nichts werden. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen hier weiter rein. Tiefe ist gleich bleiben die ganze Zeit. Es variiert immer so zwischen 5,5 und 7 Metern. Ich habe bis jetzt noch kein richtiges Wallerloch gefunden, wo sie sich vielleicht verstecken. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Komm, 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 geht wieder runter. Hier kann man schön hoch an Köder, aber sind nicht richtig aggro, die Jungs. Aber das ist jetzt bis jetzt die beste Sichel, die wir drauf hatten. Kann natürlich auch sein, dass die Fische jetzt hier im Schutz von dem ganzen Totholz im Uferbereich liegen, im flachen Wasser. Und da ist es natürlich schwierig, mit dem Wallerholz an die Fische ranzukommen. Mal gucken, wir gehen jetzt mal ein bisschen mittig hier, ob uns der Wind ein bisschen mitnimmt. Dann lassen wir uns mal hier langsam runter treiben. Ihr seht schon im Hintergrund, was das für eine riesen Wasserfläche ist. Die können da überall und nirgends lauern. Und da müssen wir uns halt durchpaddeln hier, durchackern. Aber ich denke, wenn wir auf einen treffen, ihr seht ja aktuell, ist auch nicht viel los hier mit Anglern. Und ich denke, wenn wir direkt auf einen treffen, der Bock hat, geht es auch krumm. Ihr könnt hier oben im Echelot gut erkennen, dass ich eine ganz langsame Drift jetzt hier im Wind habe. Knapp 0,7, 0,8 kmh. Und die Faustregel besagt, je langsamer ihr auf dem Gewässer unterwegs seid, desto weniger solltet ihr auch klopfen. Ich klopfe zwei, drei Mal, lasse mich dann wieder ein Stück abtreiben, beobachte das Echelot, ob da irgendwas passiert. Wichtig ist, dass ihr beim Bellyboot-Angeln nicht zu lange Routen verwendet. Ich verwende hier eine 1,80 Meter lange Solid Vertical Rute. Der Vorteil liegt ganz klar auf der Hand. Mit einer kürzeren Rute habt ihr natürlich dann auch immer einen besseren Winkel im Drill zum Fisch vom Bellyboot. Wir sitzen ja praktisch jetzt genau auf dem Wasser. Und ihr seht auch immer schön euren Köder hier im Echelot mitlaufen. Wenn die Rute zu lang ist, steht der Köder zu weit außerhalb des Echelot-Gebers. Und ihr seht eure Köderlinie nicht mehr. Und jetzt können wir diese ja hier wirklich perfekt erkennen. Es ist so spannend und kurzweilig, dieses Angeln vom Bellyboot mit wenig Gerät. Wenn ich daran denke, als beim Uferangeln, was man da alles mitschleppt, was man da alles immer vorbereiten muss. Und hier seid ihr nur mit einem Schwimmreifen, also mit einem Bellyboot, Wallerholz, ein paar Tauwürmer und einer leichten Rute unterwegs. Und ich muss sagen, es gibt wirklich auch unbequemeres Angeln. Man sitzt so gemütlich in so einem Bellyboot, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das können nur die nachvollziehen oder bestätigen, die selber eins haben. Und ich habe am Anfang auch gedacht, oh Gott, hier in so einem Ding sitzen, knapp über dem Wasser, kriegt man einen kalten, nassen Popo. Aber ich sitze ja gar nicht im Wasser. Mein Sitz ist deutlich über der Wasserlinie. Also ich sitze über dem Wasser und bin mit der Rückenlehne richtig gut gepolstert. Und es ist richtig bequem, ja, also das kann man wirklich ein paar Stunden aushalten. Und dabei permanent Fernsehschauen hier aufs Echolot, ob nicht plötzlich da irgendwo ein Wels aus der Versenkung hochkommt. Ich glaube, da kann Netflix einpacken, ne. Und man hat natürlich die Möglichkeit, immer nur für ein paar Stündchen, wie man so Zeit hat, in kurzen Zeitfenstern auch mal schnell aufs Wasser zu gehen, wenn man ein betreffendes Gewässer, ein entsprechendes Gewässer in der Nähe hat, ohne weiter Anfahrtswege. Und dann kann man auch am besten testen, zu welcher Zeit die Fische dann wirklich auch richtig aktiv sind und auch gut auf unsere Köder. Auf die Druckwellen vom Wallerholz reagieren. Manchmal sind es die Morgenstunden, die Fische bringen. Manchmal der Mittag, wenn die Sonne richtig aufs Wasser kocht. Aber oft auch die Abendstunden. Oder auch die Nachtzeit, ja. Ich konnte auch schon nachts richtig gute Fänge erzielen. Aber in der Regel ist es wirklich doch das aktive Angeln mit dem Wallerholz, ein kurzweiliges Angeln für die Tageszeit, ja. Also, oh, jetzt kommt einer hier gerade hoch. Achtung. Seht ihr das? Kein Riese. Aber ein kleiner Fisch ist angestiegen. Die Großen lassen noch auf sich warten. Aber wie eben euch schon erklärt, man muss da auch wirklich ein bisschen testen, welche Zeit die effektivste ist, ja. Ihr seht ja, das Wasser ist nicht sonderlich trüb. Es ist sehr, sehr klares Wasser. Und es kann sein, dass jetzt die Morgenstunden oder auch die Phase, wo es langsam dunkel wird, wo das Licht langsam weggeht, dass die Fische da aggressiver reagieren auf den Sound, auf die Druckwellen von unserem Wallerholz. Spannend. Spannende Angelegenheit. Ich werde jetzt noch bis runter in die Kurve mich hier langsam durchstreiben lassen. Und wenn in der Zeit keine nennenswerte Aktion kommt, wäre ich dann lieber diesen Trip jetzt hier abbrechen und morgen früh nochmal im Hellwerden aufs Wasser gehen. Diese Phase austesten. Ist ja gleich alles passiert, ja. Ich muss nur das Bellyboot in den Bulli schmeißen. Warthose an, Flossen an und schon sind wir wieder auf dem Wasser. Kann ich alles ganz bequem mit einer Hand ans Wasser tragen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich deutlich früher dran. Wir haben halb sechs. Wir sind jetzt schon langsam hell. Vögel kreischen da oben von den Bäumen runter. Ich bin mal gespannt, ob jetzt im Morgengrauen ein bisschen mehr Aktion hier im Altarm geboten ist. Ich bin mal gespannt, ob jetzt im Morgengrauen ein bisschen mehr Aktion hier im Altarm geboten ist. Ich glaube, es gibt nichts schöneres als gleich im Morgengrauen auf dem Wasser zu sein. Ich werde jetzt noch schnell und gemütlich hier draußen frühstücken, während ich zu meinem Angelplatz rausfahre. Und dann mal schauen, ein, zwei Stunden werde ich jetzt wieder probieren, ein paar Kanten abangeln. Ich habe die Würmer, die ich gestern drauf hatte, drauf gelassen direkt und so in meiner Wurmdose zu Hause in den Kühlschrank gelegt. Das sind jetzt zwar nicht mehr die frischsten, aber sind auf jeden Fall noch angelbar. Also wenn mal nichts geht und ihr eine Kühlmöglichkeit habt, ruhig am Teaser dran lassen. Weil wenn ihr sie runter macht und dann alle in die Wurmdose zurücksteckt, dann werden sie auf jeden Fall kaputt gehen. Ich lasse dann in dem Fall am Angelköder dran. Wenn ihr am Wasser draußen bleibt, könnt ihr sie einfach ins Wasser hängen. Und ansonsten einfach daheim in den Kühlschrank, das halten sie aus. Noch ein paar frische jetzt dazu. Hauptsache, ein paar Fische sind schon mal aktiv. Hauptsache, ihr habt ein schönes pulsierendes Bündel da unter Wasser. Da ist aber ganz schön Aktion heute geboten. Schon mal mehr los als gestern Nachmittag. Das sieht doch gut aus. Ich habe jetzt noch mal zum zusätzlichen Reiz als Geruchsbombe unser Bloody Warm Spray dabei. Das könnt ihr ab und zu auch mal probieren. Ich verfeinere damit sehr gerne den schon sehr starken, natürlichen Geruch der Würmer. Mir kommt es auch vor, als ob die Würmer dadurch noch mal ein bisschen mehr Action machen, weil sie den Geruch selber nicht mögen. Ihr seht ja, wie die jetzt hier anfangen zu zappeln. Ab und zu kann so ein Flavorspray wirklich auch wunderwirken. Ich habe schon gute Erfahrungen mitgemacht. So, sechs Meter Wassertiefe. Ihr seht ja noch mal schön im klaren Wasser, wie toll der Fireball im Schlepptau mit dem Drilling läuft. Und auf Tauchfahrt. Hier kommt er ins Bild. Nicht zu tief. Hier hat sich schon ein bisschen was interessiert dafür. Hier haben wir jetzt noch immer wieder an und auf die Tür. Hier ist es in der Tür. Hier sind wir schon kurz. Hier ist es natürlich eine Pläne für die Würmer. Wir sehen uns, dass wir noch einen Hügel machen können. Hier ist es ein bisschen hart. Hier ist es ein bisschen ab. Hier ist es dann noch ein bisschen ein ganzes Schlappen. Irgendwas kleines hat sich da wieder auf den Weg gemacht. So ruht jetzt hier am Wasser, das schallt so durchs Rheintal die Schläge von meinem Wallerholz. Geil! Wahnsinn! Hier seht ihr einen Fisch, kam im Zoo unerwartet reingeschossen. Bremsen will mehr zu. Genau in der Kante, wieder zu dem 6 Meter Bereich. Ich habe ihm gar nicht richtig aufgepasst und plötzlich Tatsenschlag in der Route. Oh! 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 Oh je... Wahnsinn. Wahnsinn. Ah. 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 Wir haben ein Bellyboot, berühre ich ihn vorher lieber nochmal, bevor ich mir irgendwo einen Haken dann hier reinballer. Wahnsinn, komm hoch, jetzt fährt der E-Motor los, was ein geiler Fisch. Schaut euch mal diesen starken Fisch hier an. Ich gucke mal, ob ich ein Stück irgendwo ins Ufer komme, dass ich da meine Kamera mal ein bisschen an den Baum machen kann. Da zeige ich ihn euch mal in voller Länge. Wahnsinn, Morgensstund hat Welchglück gebracht. Geil. Schaut euch mal diesen starken Waller an. Toller Fisch. Guckt mal hier hinten am Schwanzende. Ich hoffe, ihr erkennt es. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Kamera ausgerichtet ist. Fehlt ein ganzes Stück oben von der Schwanzflosse. Geil. Wahnsinn. Hat sich wirklich gelohnt, heute früh aufzustehen und bei Zeiten auf dem Wasser gewesen zu sein. Ich weiß jetzt gar nicht, kann den Fisch hier jetzt schlecht messen, aber ist auch komplett egal, komplett Nebensache. Bin mega happy. Absoluter Hammer. Also mir steckt immer noch richtig das Adrenalin in den Knochen drin. Ich werde jetzt noch ein, zwei Stündchen weiter angeln. Denn wenn man dann so eine aktive Phase hat, der Fisch kam ja relativ schnell. Wir waren vielleicht eine halbe Stunde auf dem Teich. Dann sollte man nochmal dranbleiben. Vielleicht kommt ja noch einer. Und dann werde ich mal diesen gemütlichen Altarm hier verlassen und werde euch mal mit in die Großstadt nehmen. Mit dem Bellyboot. Diesmal auf dem großen Fluss. Das wird richtig spannend. Das wird richtig spannend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017